1879 gegründet. Mit mehr als 130 Jahren Know-how ist Klauke heute weltweit führende Anbieter von Verbindungsmaterial, Press- und Schneidwerkzeugen sowie Sonderlösungen für die Elektrosanitär- und Automobilbranche. Die von Klauke vertriebenen Produkte sowie die umfassende Servicekompetenz genießen weltweit Anerkennung. Mehr als 70 Vertriebspartner sichern weltweit die Nähe zum Kunden. Klauke präsentiert 2012 Neuheiten wie den Kabelschuh Blue Connection, die Lösung für verdichtete Leiter. Einfach, sicher und effizient. Zahlreiche akkuhydraulische Press- und Schneidwerkzeuge aus der Generation Safety Plus ergänzen das umfangreiche Komplettangebot für Elektroinstallationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.klauke.com